Falls du möchtest, dass Amazon deine Waren an die Kunden versendet, dann musst du an dem FBA-Programm teilnehmen. Dazu musst du natürlich erstmal deine Waren an Amazon versenden und das geht über einen Anlieferplan. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du einen Anlieferplan erstellst, wie du deine Waren vorbereitest und diese an Amazon versendest, so dass Amazon sie an den Endkunden versenden kann. Viel Spaß bei diesem Video. Ja Freunde, ich bin's wieder, der Alex. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid. Wie schon angesprochen, möchte ich heute in diesem Video euch zeigen, wie ihr Waren vorbereitet, um diese an Amazon zu versenden. Und das geht über einen Anlieferplan. Mein letztes Video dazu ist bereits schon in die Jahre gekommen und zwar drei Jahre ist das Ganze her. Hier hat sich an der Oberfläche einiges getan, so dass viele Fragen aufgekommen sind. Wie macht man das nun? Und das möchte ich euch heute mit dem neuen Interface zeigen. Ich befinde mich hier schon auf dem Seller Central von Amazon und möchte euch das Ganze hier Schritt für Schritt zeigen. Falls du neu dabei bist und dich mehrere Themen davon interessieren, wie du online kaufen und verkaufen kannst auf verschiedenen Marktplätzen wie Amazon und Ebay, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Ich habe schon mehrere Videoreihen erstellt, Schritt für Schritt Anleitungen zu Amazon, zu Ebay und anderen Marktplätzen. Das Ganze findest du unten in der Videobeschreibung, schaust dir gerne an. So kannst du das Ganze von Anfang bis Ende umsetzen. So, heute geht es wie gesagt um den Anlieferplan und dazu müsstet ihr hier euch auf dem Seller Central befinden. Falls ihr das Ganze nicht hier oben habt, müsst ihr natürlich hier einmal auf Lagerbestand und Versand durch Amazon auf den Reiter gehen. So habt ihr hier das Dashboard, ihr habt hier den Lagerbestand und wir möchten uns hier die Sendungen anschauen. Wir klicken auf Sendungen und dann haben wir hier die Anlieferplanung schon stehen, Versandmenü. Das sind jetzt Sendungen, die bereits an Amazon schon mal verschickt worden sind. Da seht ihr die Historie, wie viel, wann und so weiter ihr verschickt habt, an welche Lager. Wir wollen natürlich hier einen neuen Anlieferplan erstellen. Dazu gehen wir hier auf den Reiter Sendungen und gehen auf an Amazon senden. So, wenn ihr dann auf an Amazon senden geklickt habt, bekommt ihr diese Übersicht hier angezeigt. Hier haben wir erstmal zu sehen verschiedene SKU-Auswahlmethoden. Das heißt, aus der Liste wählen von Produkten, die ihr bereits angelegt habt. Falls ihr noch keine Produkte angelegt habt, müsst ihr das natürlich zwingendermaßen tun, um hier überhaupt an Amazon etwas zu versenden. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Schaust dir gerne hier oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung an. Da erkläre ich Schritt für Schritt, wie du ein Produkt bei Amazon anlegen kannst oder dich auch an einem Listing anhängen kannst. So, des Weiteren haben wir hier die Absenderadresse. Da kommt die Absenderadresse, von wo das Produkt an die Amazon Lager versendet werden soll. Hier habe ich meine private bzw. meine Geschäftsadresse drin. Und ihr müsstet natürlich auch in dem Falle angeben, woher kommt das Produkt. Ist es von eurem Großhändler, Importeur aus China oder wie auch immer. Da fragt ihr am besten nach, wenn ihr euch unsicher seid, welche Adresse es ist. Fragt ihr euren Lieferanten nochmal, falls er die Ware direkt an die Amazon Lager versendet. Des Weiteren haben wir hier Ziel Marketplace. Wir haben hier Deutschland als Standort. Lagerort soll auch nur Deutschland in meinem Falle sein. Empfehle ich euch tatsächlich auch. Wir haben hier die Möglichkeit direkt zu den Einstellungen zu gelangen. Das schauen wir uns gleich auch mal direkt an. Wenn ihr dann auf den Link Einstellungen geklickt habt, dann kommt ihr hier zu den Einstellungen für grenzüberschreitenden Versand. Wir haben hier die Möglichkeit den pan-europäischen Versand durch Amazon zu nutzen. Das bedeutet Amazon lagert eure Ware in Deutschland, in Polen oder Tschechien oder anderen Marktplätzen bzw. lagern im Ausland im europäischen Raum ein. Und hier habt ihr die Möglichkeit dann bis zu 26 Cent pro Versand zu sparen. Es hält sich tatsächlich in Grenzen. Jedoch ist das mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Wie das Ganze abläuft, erkläre ich in einem separaten Video auf diesem Kanal. Deshalb, falls euch das Ganze interessiert, abonniert den Kanal. Dazu wird im nächsten Video erscheinen zu dem pan-europäischen Versand, was ihr da beachten solltet. Falls ihr noch nichts mit dem Steuerberater gemacht habt und das ganze Thema besprochen habt, würde ich euch zwingendermaßen empfehlen, Lagerung ausschließlich nur in Deutschland vorzunehmen. Das ist sehr wichtig, weil sonst hier steuertechnische Aspekte in Betracht gezogen werden, wo ihr steuerliche Abgaben machen müsstet. Und dann würde hier ein bisschen was schieflaufen, falls ihr das Ganze schon in Tschechien oder direkt im Ausland einliefern lässt. Deshalb wichtig, diese Einstellung nur in Deutschland. Und dann geht ihr runter und klickt hier auf Aktualisieren. Dann sind wir wieder zurück hier auf der Übersicht an Amazon senden. Hier haben wir dann, wie gesagt, die Möglichkeit eine neue Vorlage zu starten. Hier oben, das habe ich schon geklickt. Und dann können wir hier direkt mal loslegen. Wir können direkt alle Produkte, falls ihr möchtet, an Amazon senden. Oder wir können einzelne Produkte einlagern. So, ich mache das mal an einem Beispiel hier für ein Produkt. Dazu klicke ich mal ein Produkt an. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier die Verpackungsdetails festzulegen. Ich habe schon Vorlagen erstellt, wie ihr seht. Und wir haben hier einzelne Einheiten. Wir können aber eine neue Verpackungsvorlage erstellen. Das würde ich auch an eurer Stelle machen. Neue Verpackungsvorlage, das bedeutet, ihr nehmt hier einen Namen. Ihr könnt sagen, Versand Nummer 1. Als Beispiel jetzt. Und hier wird euch euer Produkt angezeigt. Des Weiteren Verpackungsvorlagen-Typ. Klickt ihr dann einmal Sortierreinerkarton oder Paletten mit einer einzelnen SKU. In den wenigsten Fällen wird es eine Palette bei euch sein. Falls es eine Palette ist, dann klickt ihr natürlich auf Palette. Hier bekommt ihr dann auch zusätzliche Optionen. In der Regel wird es aber Sortenreinerkarton sein. Also der Karton um Karton, wo einzelne Produkte dann in ihrer Masterbox, beziehungsweise in der Produktverpackung einzeln gelagert sind. Des Weiteren habt ihr hier Einheiten pro Karton. Anzugeben, das heißt, in dem großen Umverpackung von den einzelnen Produkten, die ja jeweils auch in den Verpackungen sind, gebt ihr jetzt an, wie viele Produkte sind in einem Umkarton. Und da gebt ihr natürlich ein, ich mache jetzt hier als Beispiel mal 20 Stück. Dann gebt ihr die Kartonmaße ein. Der Kartonmaße ist dann der große Karton. So, da gebt ihr das dann mal ein. Ihr müsst es genau mal ausmessen. Breite, Länge, ja, ich mache das jetzt mal pauschal, einfach 20 mal 20 mal 20. Gewicht ganz wichtig. Danach wird auch nachher bemessen, wie viele Versandkosten aufkommen. Ich sage mal hier in dem Falle 10 Kilo. Und dann habt ihr hier noch einen wichtigen Punkt, und zwar das Etikettieren. Wer übernimmt das Ganze? Denn jedes Produkt von euch, egal ob es schon eine EAN-Nummer hat, muss eine spezielle ASIN-Nummer von Amazon bekommen. Und zwar könnt ihr dann hier auswählen, soll Amazon jedes Produkt, eingeschickte Produkt von euch, speziell noch etikettieren von einem Mitarbeiter, dann kostet es pro Etikett 27 Cent. Entschuldigung, das wäre natürlich ein bisschen viel. 27 Cent Gebühr pro Einheit. Wenn ihr aber sagt, ihr möchtet das Ganze selbst machen, ja, bei überschaubarer Menge, könnt ihr das Ganze selbst machen, wenn ihr es von euch aus versendet. Soll es ein Großhändler, ein Importeur aus China beispielsweise, versenden, dann ist es natürlich blöd, die Ware erstmal zu euch zu schicken, alles zu etikettieren und dann an Amazon zu versenden, zumal es dann vielleicht um 10, 100 oder 1000 Einheiten sich handelt, dann ist das natürlich sehr aufwendig. Und hier müsst ihr dann gucken, dass ihr euren Importeur oder Großhändler anschreibt und fragt, könnt ihr mir bitte diese Etiketts auf die Produkte schon mal anbringen. Das kostet in China teilweise einen Bruchteil von dem, was ihr sonst bezahlen würdet und ist für euch natürlich weniger Zeitaufwand. Und hier wählt ihr dann aus, vom Verkäufer oder Amazon. In meinem Fall vom Verkäufer. Dann klicken wir auf Speichern und haben bereits dann eine neue Vorlage angelegt. Hier Versand Nummer 1, wie ihr seht. So, und wenn ich das Ganze anklicke, zeigt er uns direkt die Informationen und Maßnahmen an. Wir haben hier 20 Einheiten pro Karton und das Etikettieren wird durch uns stattfinden. Wir haben hier die Möglichkeit, direkt die SKU-Etiketten zu drucken. Da klicken wir einmal drauf. Dann kommen wir zu den SKU-Etiketten drucken. Hier habt ihr die Möglichkeit, ein Format auszuwählen. Ich würde euch den Standardformat empfehlen, nicht den Thermodruck. Das haben die wenigsten, dementsprechend Standardformat. Und dann das Druckformat für die einzelnen Etiketten. Ich nutze spezielle Blankos, die bereits schon zugeschnitten sind mit den einzelnen Maßen und Größen. Das sind so Standardmaße, die ihr wählen könnt. Dazu packe ich euch gerne mal unten einen Link in die Videobeschreibung, wo ihr diese bekommen könnt. So könnt ihr die direkt bestellen und durch euren normalen Drucker zu Hause ausdrucken lassen. Und ganz einfach selbstklebend auf eure Produkte ankleben. So, und dann könnt ihr sagen, wie viele Etiketten möchte ich drucken. Ich möchte einmal 20 Etiketten direkt für alle Produkte drucken. Seht ihr es hier direkt, er hat euch direkt in dem Format 20 Asen-Strich-Codes mit den jeweiligen Nummern und den jeweiligen Produktbezeichnungen schon direkt da reingemacht. Wenn ihr das Ganze ausfüllen möchtet, dann könnt ihr das Ganze machen, wenn ihr sagt, 44 passen auf eine Seite. Dann könnt ihr dann dementsprechend 44 angeben und das Ganze ausdrucken. So viel zu den Etiketten. Wir wollen jetzt den Versand weiter vorbereiten. Dazu haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, wie viele Kartons wollen wir denn pro 20 Stück Einheit pro Karton an Amazon versenden. Wenn ihr einen Karton eingibt, dann rechnet er euch direkt 20 Einheiten aus. Wenn ihr zwei Kartons sagt, möchte ich je 20 Einheiten, rechnet er euch direkt die 40 Einheiten auf zwei Kartons verteilt aus. So, wir sagen mal ein Karton und möchten dann den Versand bereit machen. Dann klicken wir auf Versand bereit. Das Ganze hier versand bereit. Wir könnten jetzt beispielsweise noch weitere Produkte sagen, die möchten wir auch vorbereiten. Die können vielleicht von den Maßen und den Größen und Gewicht anders und unterschiedlich sein. Somit habt ihr die Möglichkeit, hier noch weitere Vorlagen zu erstellen für andere Produkte. Wenn ihr das Ganze dann soweit vorbereitet habt für eure Produkte, geht ihr ein Stück runter und dann könnt ihr sagen, bestätigen und fortfahren. Hier haben wir übrigens noch die Übersicht 0 Euro, Gesamtgebühr. Das bedeutet, das Etikettieren übernehmen wir selbst. Somit stellt uns hier Amazon erstmal keine Gebühren in Rechnung. Wir drücken auf bestätigen und fortfahren. So, im nächsten Schritt müssen wir den Versand bestätigen. Da müssen wir ein bestimmtes Versanddatum auswählen. Wenn ihr es selber versenden könnt, könnt ihr natürlich selbst sagen, bis wann habt ihr die Ware vorbereitet, versandfertig gemacht, so dass Amazon weiß, wann wird die Ware verschickt, wann erwartet uns da Ware. Wenn ihr das über einen Großhändler, Importeur macht, müsst ihr da natürlich anfragen, wann ist die Ware versandfertig. Und dann müsst ihr natürlich hier das Datum eintragen. So, nehmen wir einfach mal den 10. März direkt, wann ich das Video hier aufnehme und sage, ich verschicke es am 10. März. So, dann haben wir das schon mal festgelegt. Dann haben wir Paketsendung oder LKW-Teilladung können wir hier auswählen. Das wird in der Regel nicht passieren. Das ist halt, wie gesagt, für Palettenwaren bestimmt. Paketsendung ist schon wichtig und in eurem Fall sehr, sehr günstig. Ihr seht es hier, 3,84 Euro würde das Ganze über DHL kosten. Ihr könnt natürlich auch oder habt die Möglichkeit, das Ganze über UPS noch zu versenden. Das kostet noch etwas günstiger. Hier habt ihr nochmal die Übersicht von wo wird versendet, an wo wird versendet. Da habt ihr auch schon direkt das Lager stehen. Hier in dem Falle in Gera in Deutschland. Und ja, da steht nochmal eine Übersicht Sendungsinhalt. Was haben wir hier? Wir haben ein Karton mit einer SKU, 20 Einheiten, 10 Kilo Gewicht. Da nochmal kurz das Produkt. Ihr könnt das nochmal euch anzeigen lassen. Das sind geschätzte Gebühren für den Transport. Geschätzte bedeutet, dass es eventuell auch teurer werden kann. In den Regeln nicht günstiger. Aber in der Regel bleibt es bei diesem Preis. Zumindest hat es mir nie teurer gekostet. Im letzten Schritt müssen wir hier die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Amazon akzeptieren. Dazu klickt ihr einmal, ich stimme zu den AGBs und dann Kosten akzeptieren und Versand bestätigen. Nun haben wir den Versand bestätigt und Amazon gibt uns hier weitere Angaben bzw. ein Versandetikett, was wir jetzt auf den Karton kleben müssen. Wir haben hier nochmal die Sendung stehen, die Übersicht wohin von wo und wir haben hier verschiedene Formate wieder für das Label. Ihr könnt hier auswählen, was ihr habt. Thermodruck kann sein, dass ihr einen Thermodrucker habt. Falls nicht, gerne auch hier unten in der Videobeschreibung anschauen, welchen ich speziell nutze. Mit dem geht das ganz gut und er übernimmt auch diese Formate und ist sehr kostengünstig in dem Falle. Deshalb wähle ich das auch einfach mal aus. So und dann klickt ihr auf Drucken. Wenn ihr dann auf Drucken gedrückt habt, erscheint das Label. Ihr seht es hier. Das ist einmal das Label, was ihr auch auf den Karton kleben müsst. Das erfasst dann Amazon, wenn es im Versandlager angekommen ist. Und der untere Teil vom Label ist hier die DHL-Retore. Es ist hier nicht irritieren lassen. Es wird hier unter Retore gezählt. Jedoch wird das an Amazon ganz normal verschickt. Ihr seht hier auch von wo an wohin. Und das soll natürlich auch ersichtlich auf das Paket geklebt werden. Beide Labels müssen ersichtlich auf dem Paket geklebt werden und dürfen nicht geknickt oder beschriftet werden. Ganz wichtig. Und somit seid ihr quasi schon am Ende. Ihr könnt hier noch die Sendungsverfolgungsdetails anzeigen. Dann seht ihr, wie lange es dauert bzw. wie lange das Paket unterwegs ist. Nicht irritieren lassen. Wenn das Paket beim Amazon Lager von Amazon angekommen ist, braucht es dann so meistens paar Tage bis eine Woche, bis es dann bearbeitet wird, dann eingelagert wird. Und dann wird das in eurer Übersicht von Versand durch Amazon angezeigt, wie viele Waren eingegangen sind und somit an Kunden direkt verkauft werden können. Noch ein Tipp hier, falls ihr die Sendung irgendwelche Fehler aufgetreten sind oder ihr habt Probleme mit dem Lieferanten bekommen, dann könnt ihr natürlich jede Sendung direkt stornieren oder im Nachhinein auch noch stornieren, sodass euch keine Versandkosten berechnet werden. Ihr könnt dann direkt eine neue Vorlage starten oder geht direkt zurück zum Versandmenü. Soviel zu dem Anlieferplan von Amazon. Ich hoffe, ihr habt hier eine Hilfe bekommen. Falls ihr Fragen habt, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich helfe so schnell wie möglich weiter. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist, diesen Kanal abonnierst und hier aktiver Zuschauer wirst auf diesem Kanal. Viel Spaß dabei und viel Erfolg. Alles Gute. Ciao.